logisch schließen ist unentscheidbar sie haben es bereits geahnt prädikaten logik damit hatten wir uns zuletzt beschäftigt ist nicht ganz so einfach wie aussagenlogik und tatsächlich es stellt sich heraus logisches schließen kann man in der ganz allgemeinen variante der prädikaten logik nicht mit einem algorithmus entscheiden es gibt kein system was das kann und das möchte ich ihnen heute beweisen und damit auch mehrere strenge zusammenbringen die wir in dieser reihe von videos schon kennengelernt haben nämlich einerseits unentscheidbarkeit berechenbarkeit andererseits die prädikaten logik willkommen zurück also mein name ist marcus krütsch und diese die vorlesungen theoretische informatik und logik der thema dresden ok logisches schließen ist schwer das ist etwas was sie wahrscheinlich nicht sonderlich überrascht wir haben definiert was das überhaupt bedeutet ja hier zur erinnerung steht es noch mal auf der folie f ist logische konsequenz von g wenn alle modelle von f auch modelle von g sind sie erinnern sich an die modelltheorie vorlesung die inseln an denen verschiedene dinge gelten und wir müssen zunächst alle modelle von f bestimmen wenn wir so direkt vorgehen wollen und dann schauen ob die auch alle modelle von g sind und wir ahnen schon dass das so direkt in der prädikaten logik nicht funktioniert weil es unendlich viele modelle gibt es gibt auch unendlich große modelle das heißt also schon ein einziges modell sich anzuschauen im detail wird schwierig außerdem haben wir festgestellt beim letzten mal dass erfüllbarkeitstest allgemeingültigkeitstest also tautologie bestimmung im prinzip gleichwertige probleme sind man kann sie aufeinander reduzieren das heißt diese probleme sind auch nicht leichter all das beginnt also mit der komplexität der modelltheorie wo es plötzlich unendlich viele modelle gibt in der aussagenlogik hatten wir dieses problem nicht ja da gab es nur endlich viele modelle da das waren unsere wahrheitswerte zuweisungen und die konnte man wenn man keine bessere idee hatte um das logische schließen irgendwie anzugehen zumindest alle einzeln anschauen war halt wer aufschreiben zum beispiel das ist das was jetzt hier nicht mehr geht da gibt es zu viel daher also die intuition die sie vielleicht schon hatten prädikaten logisches schließen ist unentscheidbar die frage allerdings offen wie kann man das beweisen ja intuition ist schön und gut aber man sollte auch nicht vorschnell seiner intuition vertrauen nur weil unendlich viele modelle betrachtet werden müssen in der mathematischen definition ergibt sich daraus natürlich noch lange noch lange nicht dass man nicht die frage ob ein geeignetes modell existiert auch mit weniger aufwand entscheiden könnte es könnte ja sein es gibt irgendwelche gesetzmäßigkeiten die es uns vielleicht erlauben herauszufinden ob unter den unendlich vielen modellen eingeeignetes zu finden ist da muss ich vielleicht gar nicht die modelle anschauen und gar kein modell bilden könnte ja sein und es gibt viele beispiele für probleme bei denen wir mathematisch gesehen zunächst mal über unendlich große dinge unendlich viele dinge vielleicht reden und dann dennoch in der lage sind das problem algorithmisch konkret zu lösen also intuition schön und gut irgendwie ist es schwer aber beweisen wollen wir es schon wie kann das also gehen das wissen wir im prinzip schon wie man so ein beweis führt von unentscheidbarkeit nämlich durch reduktion eines bekannten also uns bekannten unentscheidbaren problems auf dieses problem der des logischen schließens was könnten wir da nehmen naja zum beispiel haben wir das halte problem von turing maschinen kennengelernt das ist natürlich unentscheidbar das postje korrespondenz problem die äquivalenz kontextfreier sprachen hatte ich erwähnt und viele andere mehr ja unentscheidbare probleme gibt es zuhauf auch wenn wir diesen videos nur eine handvoll näher angeschaut haben aber schon eine ganz gute breite in den unterschiedlichen ansätzen da gesehen okay wir müssen uns also am besten ein solches problem aussuchen und zeigen dass wenn man logisch schließen könnte algorithmisch dass man auf diesem weg dann auch dieses problem lösen kann und es stellt sich heraus dass zu tun ist gar nicht so besonders schwer denn logik ist ja eine sprache die dazu entwickelt wurde dinge zu beschreiben dinge zu modellieren das heißt was würde näher liegen als sich irgendein problem zu nehmen und das problem zu beschreiben da zu beschreiben worin besteht dieses problem modellieren dass der der frage sozusagen und dann die logik entscheiden lassen ob das problem mit ja oder mit nein beantwortet werden soll okay und im prinzip geht das auch man kann tatsächlich sehr viele verschiedene probleme nehmen und immer gute und auch recht intuitive logische reduktion finden aber der aufwand den man dabei hat wird sich sehr unterscheiden und ich habe hier für dieses video gedacht wir wollen nicht so viel zeit mit dem beweis verbringen deshalb wähle ich ein problem bei dem der aufwand relativ klein ist wie ich meine und vor allem wo das problem auch relativ übersichtlich selbst schon daher kommt und zwar werde ich beweisen diesen satz logisches schließen erfüllbarkeit allgemeingültigkeit logische konsequenz in der prädikaten logik ist unentscheidbar beweis durch reduktion vom cfg kontextfreie grammatik schnittproblem wie war das definiert gegeben zwei kontextfreie grammatiken g1 und g2 fragen wir ob es ein wort gibt wie das im schnitt der sprachen dieser beiden grammatiken liegt also gegeben zwei grammatiken ist gibt es irgendein wort welches durch beide grammatiken akzeptiert wird und dieses recht einfache problem stellt sich bereits als unentscheidbar heraus darüber hatten wir der vergangenheit gesprochen und es hat den großen vorteil dass man die relativ wenig erklären muss natürlich muss man wissen was eine grammatik tut sie erinnern sich wir hatten dort terminal symbole nicht terminal symbole man darf die nicht terminal symbole ersetzen du um mit anderen symbolen die sowohl terminal als auch nicht terminal sein dürfen auch gemischt die einzige wichtige regel ist dass keine dass immer nur ein symbol ersetzt wird unabhängig davon in welchem kontext ist auftaucht also neben welchen anderen symbolen es steht das waren die kontextfreien grammatiken also im prinzip ganz einfache ersetzungsregel nimm ein symbol ersetze es durch eine folge andere symbole bis irgendwann nur noch symbole da stehen die man nicht weiter ersetzen kann das sind die terminale und dann haben wir ein wort produziert frage welche würde können wir so produzieren das ist die sprache und die frage hier also können wir ein wort in beiden grammatiken produzieren gibt es so ein wort und ja das ist unentscheidbar dass es nicht einfach ist kann man leicht erkennen es gibt ja unendlich viele wörter je nachdem wie lang man es will kann man immer noch mehr finden das heißt man kann sie nicht alle durchprobieren um diese frage zu klären und es stellt sich also heraus dass auch kein anderes schlaues verfahren in der lage ist zielgerichtet hier das richtige wort zu finden oder uns mit sicherheit zu sagen dass es kein solches wort gibt okay gut wir wollen also die dieses problem lösen indem wir logisch fließen dazu müssen wir jetzt uns überlegen wie wir wörter und grammatiken in der logik darstellen das ist immer der schwierigste schritt in gewisser weise wenn man logik verwendet für irgendwas nicht nur für irgend so ein beweis wie jetzt sondern auch allgemein wenn man mit logik irgendein problem ausdrücken wir ja in der praxis wenn ich irgendwo logik anwende habe ich ja in der regel den wunsch dass ich mit meiner logik irgendwas sinnvolles ausdrücken soll nicht unbedingt ein unlösbares problem sein wenn ich schon weiß dass unlösbar ist dann ist es vielleicht auch nicht besonders hilfreich ist in der logik auszudrücken außer eben um solche theoretischen ergebnisse hier zu zeigen wie wir es gerade versuchen aber es gibt natürlich auch viele lösbare probleme die man in der praxis gerne mal in der logik ausdrücken will um sie dann mit entsprechend den tools die da zur verfügung stehen zu bearbeiten und das geht auch trotz dieser unentscheidbarkeit die wir jetzt hier gerade zeigen gibt es viele sonderfälle viele besonderen speziellen situationen in denen man effektiv mit logik arbeiten kann das heißt es geht immer wieder ums modellieren und man hat in der regel diese situation ich habe als problem ich verstehe das problem aber ich muss mir jetzt überlegen wie kann man das problem in logik darstellen und der erste schritt dazu ist sich zu überlegen wie die ausdrucksmittel der logik der prädikaten logik also prädikate konstanten insbesondere diese beiden benutzt werden sollen um situationen die im kontext dieses problems auftreten können darzustellen hier haben wir ein problem das sich mit wörtern beschäftigt und das heißt die erste frage die wir stellen müssten wäre wie kann man wörter in prädikaten logik darstellen wir wollen überwörter sprechen das heißt in gewisser weise sind haben die modelle mit denen wir zu tun haben etwas mit wörtern zu tun das heißt wir sollten irgendwie interpretationen so gestalten dass sie ein wort kodieren können wie könnte man jetzt also in einer interpretation ein wort kodieren wir machen relationen zur verfügung ja prädikate und wir haben elemente die domänelemente die wir mit den prädikaten in beziehung setzen können und irgendwie soll man jetzt wörter kodieren und da gibt es tatsächlich viele möglichkeiten das zu machen das gibt hier mehr als eine lösung ich werde ihnen eine zeigen die ich für relativ einfach halte nämlich basierend auf dieser idee wir wollen wörter kodieren als ketten von binären relationen das heißt wir benutzen hier in diesem beweis tatsächlich nur zweistellige relationen und ketten von diesen relationen ergeben wörter das kann man sich leicht überlegen das ist recht intuitiv und ich kann ihnen auch ein beispiel gleich zeigen wie es konkret machen werde nämlich nehmen wir mal das wort russell mit den buchstaben die hier nacheinander aufgelistet sind und ich würde mir vorstellen dass so ein wort in meiner kodierung dann im modell in etwa so aussieht wie hier dargestellt da gibt es eine menge domain elemente die elemente selbst haben keine bedeutung ja das sind einfach nur delta 0 bis delta 7 in dem fall wichtig ist die art wie sie verknüpft sind untereinander pr das ist das binäre prädikat für den buchstaben r kommt zuerst dann kommt ein pu dann ein ps noch ein ps ein pe und so weiter sie sehen wie es funktioniert das heißt die kette kodiert am ende das wort russell und das heißt in gewisser weise sind die buchstaben zu feilen geworden okay die skizze ist wahrscheinlich recht intuitiv zu lesen natürlich sprechen wir hier über die interpretation des prädikats ja wenn ich hier pr schreibe meine ich das natürlich in wahrheit die relation die man erhält wenn man in diesem modell das prädikat pr interpretiert ist klar pr selbst ist natürlich nur syntax und kommt so im modell nicht vor okay das heißt wir brauchen ein prädikatensymbol pa für jedes alphabet symbol a wie wir wissen gibt es nur eigentlich viele alphabet symbole ist also kein problem so viele prädikatensymbole können wir auch verwenden okay nächster schritt fortsetzung der satz ist immer der gleiche wie er hier oben steht ja zusätzlich verwenden wir noch andere prädikatensymbole nämlich wir haben ja nicht nur terminale also nicht nur die buchstaben die am ende in den wörtern vorkommen sollen sondern wir haben auch nicht terminale das heißt die symbole die wir noch weiter ersetzen können wenn wir die grammatik ersetzungsregeln anwenden und die wollen wir genauso kodieren auch da verbinden wir jeweils zwei elemente miteinander und nennen diese prädikatensymbole ebenfalls p mit einem subskript in dem fall eben das große a für das große nicht terminale symbolal ich verwende diese verschiedene hervorhebung für die terminale und nicht terminale um ein bisschen klarheit zu schaffen aber im prinzip auch nicht sehr wichtig okay also auf die art können wir wörter kodieren und wir können auch wörter kodieren in denen nicht terminale vorkommen einfach indem wir das so wie hier tun und das schöne ist mit dieser kodierung kann man sehr einfach und direkt die kodierung von grammatiken in logischen regeln ausdrücken und zwar möchte ich das wie folgt machen eine grammatik so wie sie definiert ist ist ja normalerweise eine erzeugende sache das heißt das ist ein system welches neue ableitungen konstruiert wir fangen mit einem start symbol an und erzeugen immer weiter neue ableitungen ich werde das hier aber genau anders herum benutzen ich werde die ableitungen sozusagen rückwärts vollführen werde also für gegebene zeichenketten schauen mit welchen grammatik regeln man zu denen hingekommen sein könnte und schauen ob ich auf diese art hoffentlich zu start symbolen zurück gelangen kann um das zu tun nehme ich zunächst mal an dass die beiden grammatiken mit denen ich arbeite keine nicht terminale gemein haben das ist ohne beschränkung der allgemeinheit die bezeichner die ich für nicht terminale wählen sind ja lokal und völlig unerheblich ich kann einfach die umbenennen wie ich möchte sofern ich in allen regeln einer grammatik tue ist es immer noch die gleiche sprache die ich dadurch darstelle nur die terminale müssen sie natürlich gemein haben wenn sie keine terminale gemein haben dann können sie sicherlich kein wort erzeugen kein gemeinsames außer vielleicht das leere aber ansonsten wäre das keine sehr interessante situation also terminale dürfen gemeinsam genutzt werden aber nicht terminale nicht wenn wir jetzt nun eine produktionsregel haben egal aus welcher der beiden grammatiken die so aussieht dass man ersetzen darf durch eine liste von symbolen sigma 1 bis sigma 1 die jeweils terminal oder nicht terminal sein können dann schreibe ich dafür eine formel einen logischen satz auf der alle seine variablen universell quantifiziert das ist hier dieser prefix mit für alle x0 bis xn das sind einfach alle variablen die der formel vorkommen und die formel selbst ist dann ganz einfach da steht einfach wenn x0 mit x1 über sigma 1 verbunden ist und x1 mit x2 über sigma 2 und so weiter und so fort bis xn minus 1 zu xn über sigma 1 dann soll auch x0 mit xn über pa verbunden werden was macht diese formel die sagt im prinzip wenn es eine kette gibt in meinem modell die dieses wort was ich hier als ersetzung erzeugen kann kodiert dann darf ich auch das erste und das letzte symbol in dieser kette verbinden mit einem pa wir sehen also was jetzt hier passiert ja wir haben wörter in ketten dargestellt aber wir erlauben jetzt dass man über die gesamte spanne einer solchen kette hinweg eine abkürzung sollte ich ihnen so umzeigen vielleicht vorwärts eine abkürzung schafft die wiederum das erste element der kette und das letzte element der kette miteinander verknüpft das heißt ich kann immer dann wenn viele symbole wenn eine ganze kette aus einem einzigen symbol erzeugt werden kann dann kann ich über diese kette hinweg eine abkürzung eine brücke sozusagen ableiten mit hilfe dieser logischen regel das ist das was diese implikation hier macht immer wenn ein wort da ist was man mit der regel erhalten kann dann erhält man so eine abkürzung und sie können sich jetzt schon schön vorstellen wie das aussieht wenn ich ein sehr langes wort habe und nur ein teil dieses wortes lässt sich durchaus aus a zum beispiel erzeugen dann kann ich das a nur über den teil dieses wortes als abkürzung schreiben und der rest ist der kette bleibt unverändert wenn ich so eine abkürzung einführe dann habe ich natürlich keine kette mehr in meinem modell ja da gibt es ja irgendwie auch verzweigungen sondern ich habe wenn man so will mehrere überlagerte ketten ja ich habe die ursprüngliche kette mit den mit allen symbolen und ich habe aber auch die möglichkeit die abkürzung zu nehmen um direkt eine ganze reihe von symbolen zu überspringen und zum einem früheren zu gelangen und wenn ich also die kette entlang der abkürzung lese dann erhalte ich ein kürzeres wort in der regel ja was aber insbesondere an der stelle wo ursprünglich die kette stand jetzt nur noch das zeichen a stehen hat das heißt also so funktionieren die ersetzungsregeln ich habe also aus einem wort was die volle bedeutung von a oder eine mögliche bedeutung von a ausgeschrieben hatte ein kürzeres wort abgeleitet dass an dieser stelle noch das a stehen hat und das kann an vielen stellen möglich sein ich betrachte wenn ich so eine eine regel hier einführen natürlich alle möglichkeiten wo man in einem wort etwas findet was aus a abgeleitet worden sein könnte das heißt ich halte viele abkürzungen aber natürlich wenn ich das ganze als kette lesen will dann muss ich mich unter umständen entscheiden welchen weg ich gehe welche abkürzung davon ich nehme und es ist also eine art kompakte darstellung von vielen möglichen wörtern innerhalb durch durch so einen a zyklischen grafen ja also ist dann keine kette mehr aber eine überlagerung vieler kennen ok und das wichtige ist natürlich wenn jetzt dieses symbol a an dieser stelle in eine in die größere kette eingeführt wird dann kann ich natürlich wieder eine weitere formel dieser art vielleicht anwenden oder dann wird vielleicht die prämisse einer weiteren formel dadurch war wo das a selbst mit in der kette vorkommt ja weil plötzlich so eine kette auch existiert im modell in der das a auftaucht dann muss vielleicht wiederum noch irgendwo ein b benutzt werden also das wird immer neue symbole geben die hier eingeführt werden und auf diese art entstehen also wird also logisch geschlussfolger dass noch mehr abkürzungen noch mehr mögliche ableitungen existieren idee also diese formel hier erkennt ob eine gegebene kette aus terminalen und nicht terminalen aus einem anderen nicht terminal dass es hier das a entstehen kann ob das möglich ist und wenn es möglich ist dann bauen wir diese abkürzung als markierung ein ich wenn ich sage wenn das so ist dann tun wir das dann meine ich das natürlich nur als intuition in der logik ist es einfach so dass eine implikation und wenn die prämisse war es muss auch die konsequenz war sein da tut niemand irgendwas sondern es ist einfach nur eine anforderung die wir stellen aber wenn wir jetzt versuchen würden diese formeln zu erfüllen dann können wir uns das so vorstellen ja wenn die prämisse wahr ist dann müssen wir die interpretationen mit denen wir arbeiten entsprechend erweitern dass auch die konklusion wahr wird ok wenn wir das also anwenden und alle regeln dieser art für alle möglichen grammatik regeln diese logik regeln erfüllen dann kommen wir von jedem wort was in der grammatik s 1 oder g 1 liegt notwendigerweise zum start symbol zurück also sie können sich vorstellen wenn sie eine lange kette haben die einfach eine ein wort aus terminal symbolen kodiert welches in g 1 liegt und sie suchen dann nach einer interpretation die alle diese regeln die ich gerade eingeführt habe erfüllt dann muss diese interpretation am ende eine abkürzung eine brücke haben mit dem start symbol von g 1 direkt vom anfang des wortes bis zum ende weil es möglich sein wird aus diesem start symbol schrittweise dieses wort abzuleiten wir gehen nur rückwärts das heißt also wenn wir wir sind im prinzip schon fast fertig mit dem beweis ja also wenn wir sagen die start symbole sind s 1 und s 2 für die beiden grammatiken g 1 und g 2 dann ist das schnittproblem im prinzip dadurch ausgedrückt dass ich sage es gibt ein x irgendeinen punkt in meiner kette und es gibt ein y noch einen punkt in meiner kette so dass der punkt die beiden punkte verbunden sind mit s 1 aber auch mit s 2 das bedeutet zwischen diesen beiden punkten muss eine kette von terminal symbolen existieren die sowohl in s in g 1 liegt als auch in g 2 und wenn das erfüllt ist wenn das stimmt dann haben wir ein wort gefunden das in beiden sprachen ist das ging etwas zu flott hier waren wir gewesen was fehlt steht hier und ich hatte es gerade schon mal kurz offenbart was fehlt das ist noch nicht die ganze reduktion bisher haben wir nur zwei arten von formeln eingeführt formeln die einfach die grammatikregeln als logische implikationen darstellen fast genau in der gleichen form also ja die eine regel mit pfeil wird zu einer formel mit pfeil ja sieht ziemlich ähnlich aus nur unter umkehrung der richtung in gewisser weise und wir haben noch diese letzte formel eingeführt die testet ob eine bestimmte stelle existiert wo beide startsymbole die gleiche kette überspannen was aber noch fehlt sind natürlich die wörter selbst also bisher hatte ich ja nur argumentiert wenn es eine kette gibt die entsprechende terminal symbole enthält also wenn so eine kette existiert die ein wort kodiert das in beiden sprachen liegt dann muss in der interpretation in der diese kette existiert auch eine entsprechende s1 und eine entsprechende s2 brücke existieren vom anfang zum ende dieses wort aber woher kommt das wort ja es kann ja auch interpretationen geben in denen dieses wort nicht vorkommt ja und dann wissen wir noch nicht ob die grammatiken einen nicht lernschnitt haben oder nicht das heißt wir müssen doch irgendwie logische formeln aufschreiben die sicherstellen dass wir genügend wörter haben also dass die wörter die uns interessieren auch tatsächlich auftauchen jetzt weiß ich natürlich nicht welches wort interessant ist bei diesen grammatiken im vorfeld aber ich kann mit logik einfach fordern dass alle wörter in der interpretation dargestellt sind durch irgendeine kette und das werden wir gleich machen also nochmal was fehlt wenn wir bis unter dem was wir bisher gesehen haben wir haben grammatik formeln also das sind die logik formeln die ich für die grammatik regeln verwendet habe die erkennen können ob eine zeichen kette aus s1 oder s2 abgeleitet werden kann das ist im prinzip das was die leisten jede interpretation welche die kodierung eines wortes in dem schnitt der beiden grammatiken enthält muss daher diese formel die hier oben steht erfüllen aber es kann auch interpretationen geben welche keine kodierung dieses wortes enthalten und wenn das so ist dann würden sie auch nicht unbedingt diese formel erfüllen das heißt wir haben wir wollen ja durch logisches schließen herausfinden ob die grammatiken einen nicht leeren schnitt haben und darauf dazu wollen wir uns darauf verlassen dass wenn sie einen nicht leeren schnitt haben dass diese formel dann abgeleitet wird das heißt es sollte bitteschön immer passieren das haben wir noch nicht sichergestellt weil wenn das wort was im schnitt liegt gar nicht kodiert vorkommt in unserer interpretation dann gibt es auch keine formel die uns zwingt dass das hier am ende rauskommt okay wir müssen also sicherstellen dass alle möglichen wörter kodiert vorkommen und um das zu tun reichen schon einige ganz einfache sätze und zwar schreiben wir einfach hinzu für alle x gibt es ein y sodass pa von x nach y gilt wobei pa ein prädikat mit terminalsymbol a ist und das schreiben wir für jedes dieser endlich vielen terminalsymbole die hier in den grammatiken vorkommen also das heißt das ist eine formel hier auf der folie aber steht für viele formen aber für endlich viele ja für jedes symbol eine was sagt die formel aus die sagt aus für alle x gibt es einen pa nachfolger oder anders für jedes element in der interpretation muss es einen nachfolger geben der die fortsetzung der kette die wir bis jetzt vielleicht haben bei dem x durch a kodiert und das gilt für jedes symbol a b c d e oder was auch immer die symbole sind das heißt diese formeln stellen sicher dass es immer eine darstellung für alle ketten gibt die stellen auch sicher oder könnten sicherstellen ja könnten wir jetzt darüber nachdenken und diskutieren dass das modell unendlich ist zumindest so wie wir es jetzt vorstellen ja es muss aber nicht unendlich sein man kann diese formeln auch anders erfüllen indem man eben keine ketten macht sondern zyklen aber wenn wir uns vorstellen dass wir ketten hätten dann könnte diese formel nur erfüllt sein wenn die kette unendlich lang ist ja denn für jedes x gibt es einen nachfolger mit a aber für diesen nachfolger muss die formel ja auch gelten das heißt er hat wieder nachfolger und so weiter und wenn wir dafür immer neue nachfolger nehmen wie wir es tun müssten wenn wir ketten erzeugen wollen dann wird es unter umständen eine unendlich große interpretation mit der unendlich großen domäne das stört uns aber nicht das kann man haben in der logik kein problem damit ok diese formeln führen wir also hinzu jedes modell dieser theorie muss codierungen aller wörter enthalten aber nicht unbedingt in ketten ja also die ketten das war das was wir uns vorstellen das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal aber es könnten auch zyklische oder überlappende pfade existieren im extremfall könnten wir uns sogar ein modell für diese formeln hier vorstellen dass nur ein einziges element hat welches in jeder möglichen relation zu sich selbst steht ein element was sein eigener pa nachfolger und sein eigener pb nachfolger und so weiter ist dann sind auch diese formeln alle erfüllt nicht wahr jedes element hat einen nachfolger nur eben dass es selbst sein eigener nachfolger ist man könnte jetzt versuchen in der logik zu verhindern dass diese zyklischen dinge auftauchen wir hatten ja gesagt wir hätten gern ketten aber tatsächlich stören die uns überhaupt nicht wir können damit wunderbar leben wie wir sehen wir falls es ein wort gibt das im schnitt der beiden grammatiken liegt dann muss auch dieses wort kodiert vorkommen das heißt dann muss es x und y geben so dass sowohl s1 als auch s2 uns von x nach y bringen können also beide grammatiken dieses wort ableiten können das ist schon mal sicher das stimmt sogar wenn das wenn wir mit so einem seltsamen ein elementigen modell zu tun haben in dem alles nur immer im kreis geht selbst dann stimmt diese aussage wenn es so ein wort gibt dann gilt diese formel in dem modell wo man im kreis geht ist es allerdings nicht sichergestellt dass nur in diesem fall diese formel gilt ja das könnte auch sein gilt vielleicht auch in anderen situationen weil zwischen zwei zwischen x und y mehr als eine kette existiert und man dadurch nicht mehr sicher ist dass man wirklich das gleiche wort in beiden sprachen gefunden hat man weiß ja nur man hat ein wort in beiden sprachen das heißt diese zyklischen modelle sind schon ein bisschen problematisch aber wir werden sehen dass wir uns daran nicht stören nämlich aus diesem grund falls dieses diese formel eine logische konsequenz ist dann müssen ja alle modelle diese formel erfüllen ja sie erinnern sich modelltheorie eine formel ist logische konsequenz wenn sie in allen modellen gilt das heißt sie gilt in den seltsamen zyklischen die uns gar nicht gefallen aber sie gilt auch in den schönen sauberen ordentlich kodierten ketten modellen die wir uns ursprünglich vorgestellt haben und wenn sie dort gilt dann gibt es eigentlich nur eine mögliche erklärung dafür nämlich dass die grammatiken wirklich eine ein wort gemein also das ist das was uns rettet ja wir wollen dass etwas in allen modellen gilt und es ist nicht schlimm wenn es ein paar seltsame modelle gibt wo das unnötigerweise gilt es reicht wenn es unter den vielen modellen auch welche gibt die so sauber sind dass diese formel nur dadurch erfüllt werden kann dass wirklich ein wort im schnitt der beiden grammatiken ok für uns ist dieses saubere modell speziell das was man erhält wenn man einen unendlichen baum aller wörter aufbaut und das habe ich ihnen hier mal skizziert mit einem alphabet aus a und b so könnte das aussehen ich habe hier delta und delta null delta null null und so weiter als benennung für meine domänelemente das aber eigentlich egal wichtig sind die relationen dazwischen stellen wir uns also vor so ein baum und da könnte immer weitergehen und in diesem baum sehen wir kommen alle zeichenketten vor p a p a also a a a b b a b b b aber auch a selbst kommt vor in diesem kürzeren erst und b kommt vor und b b b a a b 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 sogar dieses Modell letztlich die Formel erfüllt, dass es dann ein solches Wort in beiden Grammatiken geben muss. Okay, so funktioniert das. Das heißt also, was ich jetzt in kleinen Schritten erklärt hat und ein bisschen mit Ausholen und Appellen an Ihre Intuition, kann man eigentlich sehr knapp und kurz zusammenfassen. Wir konstruieren aus den beiden Grammatiken G1 und G2 eine logische Theorie t mit folgenden Sätzen. Für jede Produktionsregel, die in einer der beiden Grammatiken vorkommt, machen wir so eine Regel, so eine Erkennungsregel, die die Reduktionsregel rückwärts anwendet, auf eine Kette und für jedes Terminalsymbol führen wir eine solche Formel ein, die sicherstellt, dass jedes Element einen entsprechenden Nachfolger hat für dieses Terminalsymbol, damit Wörter existieren müssen. Falls wir das tun, diese einfache Theorie aufstellen, dann gilt, die Theorie hat zur logischen Konsequenz die Formel hier, genau dann, wenn es ein Wort gibt, das im Schnitt der beiden Grammatiken liegt. Und das ist doch eigentlich recht einfach. Also es ist keine besonders komplizierte Beschreibung, die wir hier machen. Es gibt nur zwei Arten von Formeln. Klar, wir müssen für jede Regel eine Formel haben, aber was haben wir erwartet? Ja, wenn wir eine Grammatik haben, natürlich müssen wir für jede Regel eine Formel haben. Wenn wir Regeln weglassen würden, würde man bestimmt das Problem nicht gut darstellen können damit. Und dann haben wir noch diese kleinen HIFS-Sätze. Ja, also das ist wirklich, billiger kommt man hier nicht weg. Ja, also das ist wirklich wenig Arbeit. Und dieser einfache Check reicht aus, um das Schnittproblem kontextfreier Grammatiken zu lösen. Okay, wunderbar. Damit haben wir gezeigt, dass das hier nicht entscheidbar sein kann. Also die logische Konsequenz aus dieser Theorie kann nicht entschieden werden. Daraus folgt aber jetzt auch, dass Erfüllbarkeit und Allgemeingültigkeit nicht entschieden werden können, weil, wie wir beim letzten Mal gelernt haben, ja logische Konsequenz auf diese Probleme reduziert werden kann. Das heißt, wenn man das entscheiden könnte, könnte man auch logische Konsequenz entscheiden. Okay, gut, das war der Unentscheidbarkeitsbeweis. Okay, Sie könnten wenn Sie mögen, wenn Sie meiner Beschreibung nicht ganz folgen konnten, sich gerne mal eine Grammatik, muss nicht zwei Grammatiken sein, aber eine Grammatik können Sie sich gerne mal hernehmen, wo man mit zwei, drei Schritten was ableiten kann. Und dann codieren Sie mal ein Wort in dieser Grammatik direkt. Schreiben Sie es einfach hin, wie es aussieht. Und dann schauen Sie mal, was die Formeln jetzt alles noch fordern. Also wir gehen sozusagen davon aus, wir haben eine Interpretation, in der ein bestimmtes Wort, was in der Grammatik auch zu finden ist, kodiert vorkommt. Und dann rechnen Sie sozusagen mal, was denn in dieser Interpretation noch alles gelten müsste, damit die Formeln, die Grammatikregeln, die Produktionsregelformeln, die hier oben erfüllt sein können. Und dann sehen Sie, wie diese Regeln für Ihre Grammatik Schritt für Schritt bis zum S, die Ableitungen bilden. Das ist vielleicht ganz instruktiv, falls es noch nicht klar genug sein sollte. Okay, und ja, diese hier hatte ich denke ich schon erklärt. Die machen den Baum oder etwas baumähnliches oder auch nicht. Okay, aber jedenfalls sichern Sie, dass wir genügend Wörter haben. Okay, alles klar. Somit haben wir also gezeigt und das sollten wir natürlich nicht vergessen, was das Ziel der ganzen Übung war. Wir haben gezeigt, Prädikatenlogisches Schließen ist unentscheidbar. Und wie gesagt, ich finde insgesamt war der Aufwand doch ziemlich niedrig. Nachdem wir das nun gezeigt haben, können wir auch noch ein bisschen ernten gehen und ein paar Sachen abschöpfen, die daraus unmittelbar folgen. Nämlich, was könnte das sein? Naja, wir haben gezeigt, Prädikatenlogisches Schließen ist unentscheidbar. Beim letzten Mal hatte ich über Prädikatenlogisches Schließen mit Gleichheit geredet. Wenn wir jetzt Gleichheit hinzunehmen, wird offenbar das Problem auch nicht einfacher. Also, wenn man zusätzlich noch ein extra Feature einbaut, dann kann man ja immer noch alles sagen, was man vorher sagen konnte, nur darf man noch extra Sachen verwenden. Und schon mit dem, was man vorher sagen konnte, kann man unentscheidbare Probleme kodieren. Das heißt, Korollah, logisches Schließen, Erfüllbarkeit, Allgemeingültigkeit und Konsequenz in der Prädikatenlogik mit Gleichheit sind ebenfalls unentscheidbar. Das ist also eine noch stärkere Logik und die ist auch nicht einfacher. Man kann aber auch eine schwächere Logik finden oder schwächere Logikensuche in Allgemein, die bereits stark genug sind, um diese Unentscheidbarkeit darzustellen. Und was hier zum Beispiel interessant ist, wäre die Feststellung, dass Prädikatenlogik sogar dann noch unentscheidbar ist, wenn man nur binäre Prädikatsymbole verwendet. Also wir haben für jeden Buchstaben, für jedes Terminal ein einziges Prädikatensymbol mit zwei Argumenten gebraucht. Das reicht auch schon aus. Und wenn man so einen Satz formuliert, dann kommt natürlich eine interessante Anschlussfrage. Ja, was ist jetzt, wenn man nur einstellige Prädikate erlaubt? Darüber können Sie gerne mal nachdenken. Aber ich kann Ihnen andeuten, dass mein Unentscheidbarkeitsbeweis sich da nicht so richtig retten lässt. Ja, mit einstelligen Prädikaten bekomme ich das nicht hin, was man hier brauchen würde, um diesen Beweis durchzuführen. Okay, aber mit zweistelligen Prädikaten geht es. Und das heißt, schon ab zwei Stellen sind wir auf jeden Fall unentscheidbar. Ich hatte schon am Anfang erwähnt, dass man das auf viele Arten beweisen kann. Ja, ich habe diesen Beweis gewählt, weil ich das relativ elegant finde, das so zu machen, weil es einen direkten Bezug von Grammatiken zur Logik gibt. Aber man kann natürlich noch ganz andere Dinge in Aussagen mit Prädikatenlogik darstellen und auch viele unentscheidbare Dinge und dadurch ziemlich einfach zum Ziel kommen. Der erste Schritt, hatte ich schon erwähnt, ist oft am wichtigsten. Man muss sich fragen, wie wollen wir das Problem in logischen Interpretationen mit Relationen darstellen? Wie können wir das in dieser Sprache der Beziehungen zwischen Elementen kodieren? Was wir sagen wollen, wenn wir das einmal haben, die Formeln aufzuschreiben, die dann sicherstellen, dass die Kodierungen bestimmte Regeln einhalten? Das ist meistens nicht sehr schwer. Das ist tatsächlich etwas, was Sie ja in der Mathematik selbst schon oft geübt haben. Mit Quantoren hantiert man da ja ständig, auch wenn man eigentlich gar keine wirklich trägen, syntaktisch korrekt, logischen Formeln aufschreibt, nimmt man das gerne in der mathematischen Sprache auf. Und man kann auch viele mathematische Aussagen, die man da trifft, mehr oder weniger einfach und direkt in logische Beschreibungen übersetzen. Aber der wichtige Schritt ist eben, wie die Relationen der Logik überhaupt mit dem Problem, wo man steht, zusammenhängen. Also das Vokabular sich auszuwählen. Welche Prädikate verwendet man? Okay, das kann man also machen. Und eine naheliegende Sache wäre natürlich, das mit Turing-Maschinen zu tun, Halteproblem. Und das funktioniert auch tatsächlich. Beispiel, wir könnten, wenn wir wollten, das Halteproblem von Turing-Maschinen direkt kodieren. Aber da warne ich Sie gleich, da benötigt man viel, viel mehr Prädikate. Also eine Turing-Maschine ist eben ein viel komplizierteres Objekt als so eine Grammatik. Da gibt es auch Regeln, wie sich Dinge verändern dürfen. Ja, Übergangsregeln in dem Fall. Es gibt Positionen, es gibt Speicherinhalte und so weiter. Das lässt sich eigentlich alles auch ganz gut darstellen, wenn man sich überlegt hat, wie das gut kodiert werden kann in Relationen. Also man kann zum Beispiel Aussagen treffen, wie, falls es einen Zeitpunkt T gibt, an dem die Turing-Maschine in Zustand Q' ist. Also, und ich verwende hier schon suggestiv Y als Variable und T und T' wären sicherlich auch Variablen in diesem Satz. Während Q und A wahrscheinlich konstanten wären oder in den Prädikaten kodiert werden würden, weil man ja nur endlich viele Zustände hat und endlich viele Symbole, die man lesen kann und für jede Kombination einen bestimmten Übergang ausführen möchte. Also so könnte man auch kodieren. Das wären aber längere Formeln. Der Beweis ist trotzdem relativ leicht. Man muss einfach nur hinschreiben, wie eine Turing-Maschine funktioniert. Man darf aber nichts Wichtiges vergessen. Und das ist gar nicht so leicht. Sie haben es ja gemerkt, auch mit den Wörtern kann man leicht sagen, ich habe hier tolle Grammatik kodiert, damit bin ich fertig. Aber so einfach ist es nicht. Man braucht natürlich auch noch die Sicherstellung, dass die Wörter überhaupt kodiert vorkommen in den Modellen. Das war der letzte Schritt, den wir hatten. Und ja, bei Turing-Maschinen kann man auch eine Reihe vergessen von Dingen, die man benötigt. Und da muss man genau hinschauen. Also können Sie gerne machen, aber es ist meiner Meinung nach viel mehr Arbeit. Sie bekommen eine viel längere Theorie mit einer aufwendigen Codierung. Wenn Sie ein Gefühl dafür kriegen wollen, wie Turing-Maschinen in Logik dargestellt werden, schauen Sie sich nochmal das Cook-Levin-Theorem an. Da hatte ich schon mal einen Beweis eingegeben. Eine Menge Symbole, eine Menge verschiedener Arten von Formeln, aber am Ende auch eigentlich ziemlich geradlinig. Okay, damit sind wir am Ende dieses Videos. Beim nächsten Mal möchte ich, nachdem wir jetzt festgestellt haben, alles ist schwer, es funktioniert nicht, einen Schimmer der Hoffnung aufkommen lassen und Ihnen sagen, unentscheidbar ja, aber immerhin ziemlich entscheidbar. Und da treffen wir auch zum ersten Mal Kurt Gödel. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.